Der Frühling beginnt farbenfroh. Willkommen beim A1-Update. Völlig überraschend hat Apple diese Woche das iPhone Product Red herausgebracht. Mit Special Editions in genau diesem Rot werden bereits seit 10 Jahren die HIV- und AIDS-Forschung unterstützt. Heute am späten Nachmittag könnt ihr iPhone Product Red bei uns vorbestellen. Übrigens, ab sofort gibt es bei uns für kurze Zeit alle iPhones bei der Anmeldung eines A1-Go-Tarifs um 100 Euro günstiger. Nächste Woche ist es soweit. Das neue Samsung Galaxy wird präsentiert. Was bisher bekannt ist, liest du am A1-Blog. Am Samstag findet zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr die alljährliche Earth Hour statt. Weltweit werden eine Stunde lang die Lichter abgedreht, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Wir verlosen anlässlich der Earth Hour eine Designer-Reisetasche von Urban Tool. Den Link zum Gewinnspiel findest du in den Kommentaren. Am A1-Blog erfährst du übrigens, was wir in dieser Stunde tun. Wir wünschen euch eine schöne Earth Hour. Und da gibt es ge dije diese Balance auch. Im Moment zum Gewinnspiel in das Action